Okay, Freunde, wir fangen an. Du denkst, der ist drin, oder ist der nicht drin? Oh, die kommen da schon raus. Ist es kaputt, oder ist es nur so? Ich weiß nicht, wo das rein geht. 10, 1, take 8. Eine sich sonnende Eva. Cut, cut, cut. Das geht bis zum Knie. Da komme ich niemals rauf. Oh Gott. Okay, weiter geht's. Wundervoll. Wundervoll. Sieht leicht verkrampft aus, wenn du den so hättest. Ist auch nicht so leicht. Vielleicht ist nicht dieser Flur mit dem Orange enthältlich. Das sieht man nicht. Wir haben Eminen. Sieht doch gut aus. Sieht doch voll okay aus. Ich bin gesund. Weg, weg, weg. Weg, weg. Meinst du Brockenhaut? Jo. Müssen wir nochmal machen. Da war die Klappe dran. Die Klappe. Mann, ein Job. Ey, ich hoffe, wir sind zumindest bis 5. Vielleicht damit es sich lohnt. Ja, ja. Ich glaube. Ja. Okay. Wir machen gleich die Party-Fähne. Dafür versammeln uns gleich zu oben auf dem Platz in den blauen T-Shirts. Denk ich nur, was euch hängt an der Frau. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.